Das war's für heute. Den zeige ich euch doch gerne. Vor allem weil er wie das Schokobo so eine Attacke hat, die zufällig kommen kann. Das war jetzt einmal den Odin, aber ich glaube der kommt automatisch, wenn mehrere Gegner da sind. Wobei ich kann mich jetzt auch irre und das mit keinen Fall wie Acht vertauschen. Er macht nämlich Zahnematsu und tötet die Gegner am meisten. Aber ich kann mich jetzt auch irre und das mit keinen Fall wie Acht vertauschen. Und bei Bossel macht er halt diesen Spear. Der hat auch nen Namen, ich komm grad nicht drauf. Ähh, heftig viel Schaden. Aber ist auch der teuerste den ich habe. So und jetzt nach deinem Limit und dann ist er wahrscheinlich tot. Weil was habe ich jetzt schon an Schaden? Nach 2, 5 und muss. 1, 2, 2, 4, 3 Schaden. Hier bin ich bei fast 5.000 gerade. Da ne, da ne. Total händlich cool. Oh, der kleine Nagel ist. Ich weiß, ob dich so schön aussieht. Ich hätte warten sollen, als ich gespeichert habe mit dem Zelt. Weil ich jetzt zu viel Mana verkölbere. Aber ich bin ja zumindest der letzte Schaden, die ich ihm gemacht habe. Ich bin ja zumindest der letzte Schaden, die ich ihm gemacht habe. Oh, er heizt nicht. Chocobo, Marini, da. Ah, was ist der? Er könnte mal gucken, ob er ihn tötet. Ah, was ist der? Er kann gerade bei Bosnien sein, was ganz gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Temperaturen! Sieben. Sieben. Alle Attacken. Naja, der hat damit muss 8.500, wenn nicht sogar fast 10.000 Problemen. 3.000 Erfahrung und 200 Erfahrung, äh, Abhebungen drin. 2.400 Geld. Hey, die Materie, ja? Konter. Genau, und das hätte ich immer in Kombination bei Cloud drin. So, erstmal gucken, was das Maraggring macht. Schützt vor Lähmung, Versteinerung und allmähliche Versteinerung. Aber das brauchen wir momentan nicht. Hm. Materie. Shiva bleibt drin. Psycho kann raus. Das Gegenangriff Kohler. Heier litten im Schaden. Und da er mit Schutz jetzt schon 60% Chance hat, Schaden auf sich zu nehmen. Ist das eine coole Kombole. Oh ja, unser Drachenfreund. So, erstmal verhindern, dass er sein Feuer zauber macht. Wobei er ja mit seiner normalen Attacke gegen herschaden macht. Los, vergifte ihn. Schade. Macht nämlich gut Schaden in dem Spiel. Ah, ein Konter gemacht und dann noch ein Konter. Schade. Macht nämlich gut Schaden in dem Spiel. Ja, das görünce bringt mir gar nichts mehr, weil er schon vorher tot sein wird. Aber die Limit-Attacken kommen immer gleich... Also wenn man sie bestätigt hat, dann ist es gleich die nächste Attacke. Unabhängig davon, wer sonst da angewiesen wäre. Ob Boss, Gegner oder Spieler. So, geschafft. Wieder Leben zum Speichepunkt zurück. War ja nicht so schwer. So, mal gucken, wo uns das hier hinführt. Ich glaub, hier geht's weiter. Ja, da geht's raus. Ich wollte aber nochmal zum Reaktor gucken. Da ist doch bestimmt auch noch was. Wie damals war doch unser Weg recht begrenzt, den wir gehen konnten. Ich möchte so eine Methode geben, um schnell irgendwo runterzurutschen. Kann ich nichts gucken? Ah, aber hier komm ich... ne, komm ich nicht rein. Hm, also bringt das nichts. Schade. Die hätten hier ruhig mal ausmachen können. Auch wenn man jetzt zum zweiten Mal hier ist. Aber im ersten Mal war man ja nur in einer Erinnerung hier. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, guck ich trotzdem mal hier nach unten. Ach, die Wampel ist schlecht. Ach, die Wampel ist schlecht. Der Charakter kann gerade wirklich nichts machen. Schon mies. Aber trotzdem können sie sonst nichts. Zumindest haben sie bisher nicht zur Zeit... Meteor-Regen, wie geil ist das denn? Limit... Oh, Stufe 3 ist das sogar bei ihm. Ich hab schon so viel gehabt, ja. Das ist einer der geilsten Limit-Attacken überhaupt, werdet ihr da sehen. Sowohl gegen einen Gegner als auch gegen mehrere Gegner. Idealerweise natürlich gegen mehrere, aber... Bei allem bringt das auch schon ganz viel. Mal gucken, ob sie drauf haben. Mal gucken, ob sie drauf haben. Schon mal mehr als der Linkste nehmen. Oh nein, der guckt so weit nach rechts. Oh nein, nicht kalt. Also selbst eine Attacke abkriegen hilft nicht, aus dem Downstar rauszukommen. Und die Beben, Level 2... War nicht so schlecht. Ich muss dann natürlich noch 200 zaubern. Um hier halbwegs gefährlich zu werden. Aber wenn da 3 Viecher sind und das machen... schon mal neben den Daumen hoch ist... Der St. K. Der K. Der K. Der K. Der K. Der K. Der K. Oh nein, er will mich absolvieren. Hüft den Fett so nicht, weil er dich schon aussehen könnte. Nö, da scheint nichts zu sein. Nur ein nichtsnütziger Pfad. Da ich gerade vielleicht in die komplett falsche Richtung laufe. Spare ich mir jetzt ein bisschen mal das Lama. Hm. Dass ich auch noch wieder zurückfahne, ohne alle möglichen Äther zu verbrochen und tränken. Zumal die Gegner hier sowieso mit ein, zwei Schlägen tot sind. Dafür hast du ja eh Verschwendung. Kann das sein, dass die Viecher irgendwie ein... Na, ein Hauptaugenmerk auf Klaut haben? Das ist immer der erste, der Downstar abkriegt. Und das in den letzten drei, vier Kämpfen mit den Fischern. Ski-Bung! Ha, hier geht's was... Sniper! War das eine Waffe oder war das ein... ...item für den Kampf? Ne, ist ne Waffe viel winzend. Ach genau, hier beim Brunnen. Da liegt was. Hat sich also doch gelohnt hierher zu gehen. Wenn es nicht hier sowieso weitergeht, das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich denke mal bei dem Dingsworts weitergehen, bei dem Spinnentypen. Hmm. Also, das ist ein Waffe. Also, das ist ein Waffe. So, um 13 Punkte jetzt auch, wenn ich mal so ein Dinges kriege, dann ist das Limit. Ich will Winzen beim nächsten Sprecherpunkt noch mit reinnehmen. Was ist ein Ding? Nee, ich weiß nicht. Das war's. Das war's. Oh nein, ich brauche ihn nicht. Elixir, einer der wertvollsten Gegenstände überhaupt im Spiel, vor allem weil man es nicht kaufen kann, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Teil auch die Steigerung gab von dem Elixir. Elixir macht ja HP und MP-Punkte, also Leben und Mana, komplett voll. Und bei Mega Elixir hat für die ganze Gruppe. Hm, na geil, die stärksten sind weg. Ich brauche mindestens zwei Schläge, um einen zu töten. Hält aber scheinbar nur eine Runde oder so. Ui, dann kriegt sogar den in der hintersten Reihe getötet. So dicht hintereinander der Kampf. Oh, da haben wir unseren Freund wieder. Ja, aber ich habe extra gewartet und wir hoffen, dass wir nicht. Oh, das kostet zu viel. Das war mal eine Verschwemmung. Jawohl, Chocobo hat ja noch trotzdem gekostet. Und das sollte ich glaube ich nicht wahr sein. Schieber hat das letzte Mal noch nur um die 400 Schaden gemacht. Ah, ihr wisst, was das heißt. Meteori! Chaka! Der wird so tot sein. Immer geschehen, wie viel Grundschaden der Macht. Heftig. Wenn da jetzt mehrere Gegner gewesen wären, hätten alle diesen Schaden abgekriegt. Ihr könnt euch denken, wie übel das ist. Wir müssen es eigentlich zu der Brücke zurückgehen, wo wir herkommen. Die ja mittlerweile nicht mehr kaputt ist. Also müsste das jetzt gleich eine Sackasse sein, glaube ich. Was ist hier schon, Sackasse? Wo bin ich denn das letzte Mal? Hier vorne bin ich ausgetauscht. Hier bin ich runtergefallen. Okay. Ich hab mich wegen dir auf. Ich bin ich nichtечно. Ich bin ich gerade gebärmish. Wie kann ich noch? Ich bin, ich bin ein bisschen. Ich bin ehrlich, aber vielleicht kann ich nicht mehr vielleicht, wenn ich das mit mir zu tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017